Erklärung Es ist Antwort D. Die Finger rutschen an das Besenende des Stiels und die beiden Finger halten den Besen. Die Gewichtskraft des Besens verteilt sich auf die beiden Finger, auf denen der Besen aufliegt. Und zwar so, dass auf den Finger, der sich näher am Schwerpunkt befindet, der größere Teil der Gewichtskraft entfällt. An dem Finger, der weiter vom Schwerpunkt entfernt ist, ist diese Auflagekraft geringer und er fängt an zu gleiten. Anfänglich ist beim gleitenden Finger die Reibung geringer als beim ruhenden, da die Gleitreibung kleiner als die Haftreibung ist. Beim gleitenden Finger nehmen dann die Auflagekraft und damit die Gleitreibung zu, beim ruhenden Finger nehmen Auflagekraft und Haftreibung ab. Sind Haft und Gleitreibung gleich groß, findet der Rollentausch statt. Der ruhende Finger gleitet, der gleitende ruht. Dieses Wechselspiel geht so lange, bis sie sich treffen. Dabei bewegt sich jeweils der Finger, der weiter vom Schwerpunkt entfernt ist, sodass der Schwerpunkt zwischen den beiden Fingern bleibt. Wenn die beiden Finger eng beieinander liegen, liegt der Besen an seinem Schwerpunkt auf den Fingern, sodass er zu keiner Seite runterfällt, sondern ruhig liegen bleibt. Dabei ist der Abstand vom Schwerpunkt zum Besenende viel kleiner als zum Griffende, weil das Besenende durch den Besen schwerer ist. Schaut doch mal im Internet unter Hebelgesetze und unter Reibung. Wo sind die Schwerpunkt auf den Fingern? Schwerpunkt zum Besenende. Vielen Dank.